Ein kleines Vorwort. In diesem Video gibt es leider wieder eine etwas gewaltverherrlichendere, sexistische, beleidigende und alles, was noch in diesem Bereich geht, vortragsweise. Also für alle, die so etwas nicht ertragen können, die niemanden die ganze Zeit fluchen und sonst was hören möchten, bitte dieses Video nicht anschauen. In diesem Sinn, viel Spaß. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen War Thunder. Schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch geändert habe. Das ist dieses Winter-Weihnachts-Blablupp-Event. Schauen wir mal, was geht. Ich dürfte es wieder komplett verlernt haben, wie die Tasten sind, aber... Ach, du Eili, wirkst. Es schneit. So, C, mehr C. C war freischauen, ohne Dingens. Das versuchen wir und das versuchen wir. Alles klar. Gut. Sollte ich halbwegs hinkriegen. Ja, es fahren eigentlich... Ich wollte unten zuerst schon. Ich hasse es mit der breiten Masse, da zu spawnen, aber nur gut. Wir können jetzt nicht mehr eine Komme da nicht durch mit meinem Panzer. Bitte nicht. Aber ich komme da durch. Vor allen Dingen... Ah, C ist jetzt einrastbar. Okay. Das gefällt mir. Jetzt muss ich mir dann langsam mal Gedanken machen, wo ich überhaupt hin will. Außen sind relativ wenig. B ist da unten. Okay, ich ziehe mal da rein. Ich ziehe da rein. Ich will den Feind sehen. Punkt A, angreifen. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Ja. Das machen wir gleich mal. Ich hoffe, da ist noch keiner. Sehr gut. Ich bin noch nicht bei B. Das stört mich ein bisschen. Kann man da eigentlich inzwischen durchschießen? Oh, weah, 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 da platzen unsere. Wunderbar, es sterben wieder nur unsere... Oh, jetzt doch mal andere. Ich sehe schon, die da oben kriegen es nicht gepackt. Oh Gott, jetzt sterben. Gott sei Dank die anderen. Was heißt sterben? Die Fahrzeuge werden deaktiviert. Das ist jetzt mal zur Aufwechslung was Positives. Oh Gott, kommst du nur runter? Kommst du hier runter? Oh Gott. Oh Gott. Kommst du hier runter? Ich will da jetzt rausfahren. Komm, fahr weg mit deinem... Ah. Nee, nee. Das war leider nix. Das muss ich riskieren, weil da fährt rechts jetzt einer vor und ich hoffe, dass wir den dann zuerst aufs Korn nehmen. Schwer zu sagen, was ist da ein Panzer und was nicht. Bei diesem scheiß krümeligen Wichster schon wieder. Jetzt habe ich leider nicht aufgepasst von wo. Von der Flugzeuge, oder? Fuck. Kommt der noch. Scheine, der ist schon abgeschossen. Alles klar. Die scheiß Flieger, wo sind denn unsere? Okay, jetzt riskiere ich. Sie sind jetzt... Zumindest war da gerade mal einer vor mir. Und der ganz links ist auch geplatzt. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Ich hoffe, ich komme da durch. Okay. So. So. Ich hoffe, ich habe Glück. Irgendwo vor mir ist das, ja. Ich sehe die scheiß Sau nicht. Also. Alter, bis der... Der Motorraum wurde beschädigt, aber das scheiß Rohr ist im Arsch, oder was? Das war auch nicht... Ich lebe noch. Ich lebe noch, Freunde der Berge. Ich lebe noch. Oh, fuck. Aber gut, alle, die auf mich zielen, können nicht auf andere zielen. Und das ist ungefähr hier. Schade, dass ihr den reinkriegt. Schade, dass ihr den reinkriegt. Der Sieg ist greifbar. Aber da wird genau wieder der Hügel im Weg sein. Siege nicht rein. Ich riskiere es jetzt mal. Hehehe. So nicht. Ich hoffe, du fährst jetzt ein bisschen, denn ich komme von der Seite. Was? Ach Gott, jetzt ist der schon kaputt. Leck mich doch am Arsch. Schaut alles wirklich so... Aber ist so... Ich hoffe mal... Ja, eigentlich muss... Ich muss da runterfahren. Und wenn ich schon da bin, von der Seite... Alles klar machen. Meine Jungs, Unterstützung kriegen. Eigentlich wäre es da wirklich schön, als wäre es so gemacht, dass... die Startgebiete so angelegt sind, dass man da nicht campen kann. Fragt mich jetzt nicht wie. Das ist auch nicht mein Problem, das irgendwie umzusetzen. Aber so ist es für den Arsch. Okay, da drüben schießt er noch auf unsere Jäger. Punkt A, angreifen. Ein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Weiter so. Dann kann es den Sieg übernehmen. Punkt A, angreifen. Ich schau mal, ob ich hier... Ich weiß, dass da noch eine Flak war. Echt, du siehst nichts durch dieses... Erstens... Schnee ist okay. Schnee ist ja okay. Ich glaube, dass man da nichts sieht. Aber durch dieses Krümelige von Haus aus bei diesem Spiel, dass du hier nach 10, gefühlten 10 Metern... Nach gefühlten 10 Metern schon nur noch krümelige Kacke siehst. Trotz eines absoluten Top-Rechners... Ärgert mich ein bisschen. Rechts war auf jeden Fall einer. Und das... Okay, das könnte einer von uns auch sein. Komm ich nur durch. Ist klar, gemauert, kommt er nicht durch. Stahlbeton würde mir noch einreden lassen. Aber das sind Klinkersteine, Freunde. Klinker. Da komme ich mit dem Hammer durch. Lass mich selber verraten. Ja. So leicht, wie du denkst, den Punkt A angreifen. Man wird ja von allen Seiten sabotiert. Ja, da ist einer dahinter. Fliegt der Zweite ein. Ja, das heißt, in der Mitte kommt es genau runter. Ja, das ist ja so. Wir brauchen Arzellerie-Unterstützung. Shit! Fuck, wieso schaut die Scheiße immer aus wie irgendwelche gegnerischen Scheißpanzer? Leck mich doch am Arsch, ey! Ich hab echt gedacht, dass das zuerst, wo ich draufgezielt hab, ein Scheißgegner ist. Echt, da leck mich doch am Arsch, ey! Oh, Ficken! Echt, ich denk's mir noch, ey, das kann doch irgendwie kein Panzer sein. Diese scheißgrümelige Fotzendarstellung, echt, gibt mir... Ja, wahrscheinlich wird's sogar in verwichsten 4K, wird's sogar beschissen ausschauen. Geht nicht mehr. Hoch geht auch nicht mehr. Maximum, Film. Maximum, Maximum, aus, Anti-Ali... Sag mal, willst du mich verarschen? Ach, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, ey! Maximum, Anti-Ali... Aus! Sag mal! Ja, wer macht denn sowas? Maximum, erwarte ich mir, Maximum! Anti-Ali... Maximum, aus! Wow! Ach, komm... Ach, entschuldige, also... Ne, also, da muss ja... Da ist doch wirklich wieder... Ja, alles klar... Ihr seht's ja, ne? Ihr seht es ja, ne? Also, bis dahin, bis dahin schaut's noch geil aus, ne? Bis zu diesem Drecksloch da vorne. Ne, wo ich grad ein atmungsaktives Loch reingeschossen hab. Aber so dahinter, so eine unscharfe Scheiße... Dass du nichts mehr erkennen kannst. Ich mein, der Schnee ist jetzt sicherlich nicht förderlich, aber... Es... Wow! Und die Engine ist wirklich anscheinend extrem grottenschlecht. Gehen wir mal den unterstützen. Was ist das vorne drin? Vorne ist keine Flak drin. Ich hab aber eine Flak gehört. Okay. Das heißt, da ist noch einer. Das könnte aber auch die Flak jetzt... Ja, hat einen. Sehr schön. Aber da ist auch noch eine Flak. Wo kommt die Flak hin? Vor allem sehe ich sie. Also, sie schießt auf jeden Fall nicht. Also, das eine, was da vorne stand, was ich zuerst gemeint hab, anvisieren zu müssen. Das war unser abgeschossener. Abgeschossener. Oder... Oder... Der da immer noch steht. Was ist das da? Und dann platzt jeder andere Scheiß-Panzer verschwindet. Verstehst du? Jeder andere Scheiß-Panzer verschwindet. Nee. Aber nicht der. Nö, nö, nö. Der verschwindet nicht. Auf den wollte ich nämlich schießen, die ganze Zeit. Der dich spawnt nicht. Ist klar. So, und da drüben. Das könnte... Na, unsere Flak ist das aber nicht. Was ich da gehört hab. Aber das hat sich so gravierend, dass Sound verändert. Ich fahr mal rein. Caption. Komm. Ja, ein klein bisschen mehr. Ich hoffe, dass... Falls da noch Gegner kommen, zur Not, dass ihr auch mal... Auf mich zieht das Feuer. Da schießt hier eine Flak auf uns. Ja. War jetzt nicht so berauschend von mir. Aber man muss damit leben. Das ist manchmal süß, wie es ist. Erste Spiel seit... Monaten. Abgeschossen. Ein Assist. So, Robert. Das waren die Flieger. Die Flieger kriegen immer schön brav Punkte. Und wir haben Gott sei Dank bald den Krempel da durch. Darum machen wir jetzt noch... Ups, nee. Gehen wir einfach mal ins nächste. Wenn es euch gefallen hat, ganz einfach einen Daumen nach oben. Über ein ehrlich gemeintes Abo freue ich mich natürlich auch. Einen schönen Abend. Eine grusame Nacht. Haust rein. Und da, wenn es j SOllo�전ЕН ist. Und dann geht's weiter wie ein solches est willingness mehr利 became disc distributions.